Ich grüße euch! Also wir haben es jetzt gleich geschafft mit der Ernte. Es ist das letzte Feld jetzt. Und mit Düng ist er auch fertig. Bloß noch das kleine Feld auf dem Hof. Das mache ich selber schnell dann. Dann kann man die ganze Düngaufträge abschließen. Dann kann er ja anfangen mit Gruppen. Wir haben bestimmt noch einige dazukommen, was ich alles geahnt habe. Wir haben dann noch das Silagezeug. Ich glaube ich zumindest das Silage war. Oder was Heu? Ich weiß es nicht genau. Und zum Beten war es. Und dann müssten wir ja auch mal... Ich würde fast eher sagen, wir machen erst mal... ...erst mal die Produktion. Das Sojamil ist auch klein leer. Der Booster. Wir kümmern uns dann erstmal um die Produktion nochmal. Wir haben jetzt zwischendurch abrufen müssen, außer wir müssen es erstmal wegkriegen. ... ... Wir müssen gleich noch abrufen. Das ist gut. Können wir schon gleich den Drescher lassen. Eigentlich können wir uns gleich den Drescher lassen, dass du recht. Und das ganze Zeug abzugeben. Dann nehmen wir schon alles mit, drüben ist auch noch ein kleines bisschen was für die Beutenwelle. Und das ist ein kleines bisschen was für die Beutenwelle. Und das ist ein kleines bisschen was für die Beutenwelle. Und das ist ein kleines bisschen was für die Beutenwelle. Und das ist ein kleines bisschen was für die Beutenwelle. Und das ist ein kleines bisschen was für die Beutenwelle. Und das ist ein kleines bisschen was für die Beutenwelle. Und das ist ein kleines bisschen was für die Beutenwelle. Und das ist ein kleines bisschen was für die Beutenwelle. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein damit Untertitelung des ZDF, 2020 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 In den 59. Ach dort. Mit den Formatleid zu den Sven hier unten hin. Wollte ich mal sagen, vielleicht. Mal gucken. Hochzahndel Süd. Haben wir da was? Sind das die Ballen? Na ja, Hochzahndel Süd, die Hörse. Formatleid zuerst hin. Was haben wir hier? Alles vor Karfen Süd. Karfen West. Nein, das sind die Ballen. Wahrscheinlich. Ach so. Das scheinen die Ballen zu sein. Alles vor Karfen Süd. Hm, alles vor Karfen Süd. Okay. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 13 nur 2000 wieder einiges im lager sehr schön ich würde sagen ich werde das video erst mal beenden und wir sehen uns dann im nächsten wieder bis dahin